Hi, ich bin EXOCON, willkommen auf meinem deutschen Hauptkanal EXOCON MAIN und zu einem EA Originals Game, was schon meistens immer im Leben aufhorchen ließ. EA, hmm, hmm, sind das wieder irgendwelche Hauercrafts, die die Wände hochfahren, auf Wolkenkratzern oder viel Schlimmeres. Eine Zeit lang waren es die Arbeitsbedingungen bei denen. Ja, aber wir sind bei einem Spiel, was, also für mich gefühlt war das wie ein Launchtitel für die Unreal Engine 5 gedacht. Wir haben ja so viel Marketing damit betrieben und so viel rausgehauen und immer wieder gepowert und dann sich aber trotzdem gewundert, dass das Spiel nicht richtig angekommen ist. Und ich glaube, es liegt nicht unbedingt an der Materie, was das Spiel behandelt. Das ist ja Magie, Fantasy und sowas. Sowas verkauft sich immer wie geschnitten Brot. Das ist genauso wie Battlefield oder Call of Duty. Es ist, glaube ich, aber das allgemeine drumherum. Als Entwickler und jetzt die Tage hat man mehr oder weniger versucht, den schwarzen Peter in Entwicklern zu schieben. Das ist auch EA-Verbindung zu EA-Server, konnte nicht hergestellt werden. Bitte überprüfe deine Internetverbindung. Ich bin mir sicher, dass die Plattform Client online ist und versuche es anleitend. Ja, weil wir spielen die Demo. Die ist gar nicht über den Client, die gar nicht über den Client läuft. Die läuft direkt über Steam. Ja, offline spielen, einfach auswählen. Deswegen eins schon vorweg. Wer es testen möchte, gern auch selbst. Das finde ich sehr nett. Herzlich willkommen. Unsere Leidenschaft als unabhängiges Studio ist die Entwicklung einzigartiger Spiele. Ascendant Studios Team. Jetzt versucht man gerade den schwarzen Peter, also wenn man so zum Beispiel GameStar oder PC Games verfolgt hat, den schwarzen Peter in die Richtung des Entwicklerstudios zu schieben. Dass man sagt, ich weiß es nicht, woher es kommt, aus welcher PR-Hölle. Dass das Team vielleicht zu jung war, überfordert mit dem, ob man wirklich denen so ein Projekt überlassen sollte, vielleicht irgendetwas anderes, weil Immortals of Avion ist unser Debüt. Ja, ist es. Und die haben das mit der brandneuen Annual Engine 5 gemacht. Aber jetzt auf einmal zu sagen, ja, es ist vielleicht, vielleicht liegt es ja daran, sich dumm zu stellen und zu sagen, vielleicht liegt es ja einfach nur daran, dass es ein neues Team war. Hm. Hm. Und dann zu sagen, es ist hinter den Verkaufserfolgen zurückgeblieben, also hinter den Verkäufen zurückgeblieben. Nee, 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 nee. Gerade junge Teams, gerade kleinere Teams, die schaffen doch das Affentittengeile gerade auf dem Markt. Gerade die Großen. Siehe Skull & Bones wieder, also das wird jetzt wieder ein Running Gag, wie ein Meme. Ähm. Was schaffen die? Nicht viel. Ja, Immortals of Avion. Wir wollten es mal, ich wollte es mal persönlich, wir wollen es mal persönlich mal schauen, wie es denn aussieht. Wie es denn läuft, wie es sich handhabt. Und da spielen wir ein bisschen in die Demo rein. Mal gucken, wie lange es läuft. Ich habe nur einmal kurz gestartet, um zu gucken, um technisch an vom Sound, damit ihr nicht erschlagen werdet und ich nicht dann während des Gameplays hin- und herschalten muss. Ich freue mich auf das Spiel, aber das Spiel ist zu einem, glaube ich, falschen Zeitpunkt rausgekommen. Die hätten noch ein bisschen warten sollen, weil die Annual Engine 5, ich sag nur Bigfoot, zum Beispiel als Game, die Entwickler haben, ohne die Community zu fragen, einfach auf die Annual Engine 5 gestellt. Und sich dann gewundert über den Shitstorm auf Steam zum Beispiel, weil über die Konsolen brauchen wir gar nicht reden. Also das, was die Annual Engine 5 leisten kann, das werden die alten Playstation 5 und Xbox X gar nicht leisten können. Nicht immer in den Träumen. Und heute kam ja auch, also heute für mich, während der Aufnahme kam auch der Report von Sony vom CEO, der meinte, ja, die Playstation 5 hat ihren letzten Lebenszyklus gerade erreicht und hinter den Verkaufserfolgen, natürlich wird die immer noch verkauft wie geschnitten Brot, aber sie bleibt trotzdem hinter den Werten, die gerne Sony gehabt hätte, zurück. Und die werden irgendetwas Neues nachschießen müssen. Ich gehe mal davon aus, dass Microsoft wahrscheinlich eher Cloud Gaming oder sowas und Sony, da werden wir sehen. E jedenfalls selbst bei Bigfoot musste der Entwickler zurückrudern und es wieder zurückpatchen, weil es einfach, einfach mal in die Steam-Statistik nachgucken. Laufen so viele mit 4.000er Grafikkarten rum? Und selbst auf 3.000er Grafikkarten? Ja. Dann ist hier was Lustiges eingefallen. Lehrling, Kämpfe verlaufen etwas entspannter für Spielerinnen. 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 Spieler. Ich finde es gut, dass man das sagt. Also, ich finde es nicht gut wegen der deutschen Sprache. Die deutsche Sprache ist, wie sie ist. Und dann sollte man... Irgendjemand kam auf die Idee, dass man Frauen ausgrenzt, indem man nicht Spielerinnen schreibt, ausschreibt. Wenn, dann sollte man es komplett ausschreiben. Das wäre das Bessere. Aber nicht das mit dem Doppelpunkt. Also, ich würde immer beide Formen ausschreiben, auch wenn es länger ist. Aber hier merkt man gerade, entweder konsequent oder es einfach sein lassen. Also, das ist... Dann passieren solche Fehler nicht. Das ist doof. Wir gehen jetzt als Magnus rein. Bin gespannt. Sprinten, drücke Shift, um schneller zu laufen. In unserer Welt klafft eine Wunde. In der Mitte von Erwürmen wächst die Wunde von Tag zu Tag und droht alle fünf Königreiche zu verschlingen. Unsere Herrscher kümmern sich nicht darum. Stattdessen kämpfen sie im ewigen Krieg um die Kontrolle über die Magie. Die Mächten Magni besitzen magische Kräfte, führen ihre Armeen in einem endlosen, aussichtslosen Teufelskreis von Krieg und Gewalt. Wenn es Hoffnung gibt, sind es jedenfalls nicht die Ursache. Sind die nicht jedenfalls die Sache dafür. Wieso wurde das nicht vertont? Also gerade hier so ein geiler Sprecher würde schon direkt mitreißen vom Hocker. Oh, es ist auf Deutsch eingestellt. Stripped of Magic, the armies of Glaivegate fell. To Sandrak, the bold and terrible tyrant of Rechard. They called him their ruler as he was a beast west and the horns of their ancestors trumpeted blood in protest. Hardcore. Hush. Passage to the sands of Oramen was secured. The Sky Islands. Careful. I'm being careful. As careful as last time? Careful-er. That's not a word. Now, Earth. Yore wide as he spoke. Declaring the magni of their order now vanished. Damn it. You think Sandrak really talks like that? I'm concentrating. Maybe he boars his enemies to death. I'm concentrating. I'm concentrating. But. Line. But I am not. But I am not. The man content to simply wonder. I am. I'm wondering at every third word. Distracted. Go, go, go. No one cares about Arsene Oramen. Hold it up. Sandrak's coming our way. Got it. Let's go. The ladies, gentlemen. If that's what, please take your seats. Hey, wait up. Luna! Over here, Jack. Over here, Jack. Oh, my gosh. And that's all. I think it's really interesting. The faces are really photorealistic. And, as I said, the engine, the... Aber es wird wie bei der Unreal Engine 4 hier in vielen Videos schon gezeigt, das Problem sein, dass die meisten kleinen Entwickler, die bekommen keine Unterstützung von Epic Games. Und nicht die, die sie brauchen, weil sie dafür Geld bezahlen müssten. Die Engine ist ja meistens dann frei verkäuflich, äh frei verfügbar für jedermann. Aber nur weil die Engine frei ist, hat man noch lange keine Ahnung, wie man die richtig implementiert. Und dann sind technische Probleme vorprogrammiert. Im wahrsten Sinne. Und deswegen, ja, also ich hoffe, es wäre natürlich ein genialer Sprung, wenn das wirklich funktioniert. Aber wir werden es sehen, wir werden es erleben. Hoffentlich alle. Also was hier auf jeden Fall cool ist, dass man die Größe merkt. Ich weiß nicht, ob das so richtig rüberkommt im Video. Aber die Größe ist schon cool. Wechsel mal kurz die Maus. Die andere ist mir ein wenig zu schnell gerade. Das ist der Boss, dass es der Oberschurke ist, dass Sandrak ein Arschloch ist. Also auch ihre Klamotten. Echt gut. Let's cut through the market. Sure, but let's keep an eye out for the Constable. Argebuch. Straßenkinder. Was haben wir denn hier? Wir haben einen Codex Feinde. Wir haben doch keine Personen. Luna. Karte. Kann die irgendwie drehen? Ja, können wir. Bild ab. Aha. Südstadt. Also wenn das Südstadt ist. Was ist denn das da? Ist das nichts? Okay. Äh. Ausrüstung. Ah, haben wir noch nicht. Okay. Der Markt ist heute ziemlich tot. Es gibt ein paar Flugzeugen, die in die Dopp kommen. Einige Hivers denken wahrscheinlich, dass sie einfach Geld auslösen können. Vielleicht ist das das, was wir tun sollten, anstatt von dem Hatt-Gun. Er war ein Buss. Bei jeder Metrik, ein Mann mit einem Hatt indiziert eine perfekt respektvolle Mark. Das klingt... ...verstanden. Ja, also es ist so ein bisschen wie Harry Potter. Würde ich jetzt so behaupten. Aber wir werden sehen. Wir werden es sehen. Hoffentlich. Gucken, wie viel die Demo uns verrät. Und dann kann sich jeder ein Bild machen, weil ich würde mich freuen, wenn man dieses Spiel unterstützt. Weil es ist eben etwas anderes. Es ist wie Hi-Fi Rush. Es ist wie Angerfoot. Oder... Angerfoot. Vielleicht. Ich weiß nicht. Es fühlt sich jetzt abends. Du hast es abends. Weil ich liebe Gehörungen. Klar. Und dann... Ich finde es schön, wenn Entwickler sich was trauen. Und wenn sie das machen. Und gerade da... Storygames... Sehr im Kommen sind. So über die letzten... Ein, zwei Jahre. Wo jeder gemeint hat... Äh, nur Multiplayer. Hat es kein Multiplayer. Es ist eine Totgeburt. Nein, 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 nein. Das shiftet gerade. Massiv. Wo man die Zahlen sieht. Wo drüber die Leute sich unterhalten. Ja. 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 Sie hat eine Idee. Und jetzt? Aber wartet. Irgendwo war glaube ich die Möglichkeit... Sprache. Äh, benutze Oberfläche Untertitel bei Zwischensequenzen. Ein Gameplay Untertitel. Ein Änderung übernehmen. Ja. Danke. Okay. Oh, wartet. Da ist was. Schmodder Hinweis. Konsortium der Schmodderkratzer. Amtsmeldung. Achtung. Dieser Bereich wurde aufgrund der erhöhten Schmodderkontaminationen und Verbreitung durch das KDS zur Gefahrenzone erklärt. Nicht betreten. Eure Sicherheit liegt uns am Herzen. Ja. Unsere Sicherheit liegt garantiert wem auch immer am Herzen. So. Wir haben auch noch Saren. 1039 PA. 19. Im Monat der Schwerter. Unsere Heimat Saren ist auf den riesigen Brücken erbaut, die von einer uralten vergessene Zivilisation errichtet wurde. Die Stadt ist in zwei Teile unterteilt. Oben leben die Reichen, während der Rest von uns auf der Unterbrücke ums Überleben kämpft. Ja, wie immer. Manche sagen, Saren sei ursprünglich bloß ein Garnison für Soldaten gewesen, die unerwünschtes Publikum davon abhielten nach Luzium zu kommen und sei dann mit der Zeit einfach gewachsen. Die Unterbrücke ist so ziemlich der erbärmlichste Ort in ganz Avium und zieht alles was arm, kriminell, verzweifelt ist, magisch an. Wer länger hier lebt, will eigentlich nur eins weg von hier. Ich glaube, das ist auch unser Ziel. Einfach nur weg von hier. Sie müssen nachdenken werden. Musik Zul快. Waren Praktiken. Lachen. Lachen. Fassys. Waren Praktiken. Waren Praktiken. Waren Praktiken. Waren Praktiken. Fair, you're all about duty right now, aren't you? Nice, you'll make a good soldier. I hear they give better uniforms to the Lightlist that can summon a little magic like this. There's a war, Jack. It's not about the uniform. Or maybe it's better boots. Cheese, Jack. Wait, what? Soldiers get to eat real cheese. Boots are just extra. Huh. Rosharn's got no idea what's coming. Man, Corporal, I can even buy land. The whole farm just full of boots. Look, I know I keep saying I get it, but I don't. Not really. You're the first person I've met that actually wants to fight in the Everwar. No one escapes the draft, Jack. They do all the time. You're not even going to try. Besides, I don't want to fight in the Everwar. I want to fight for Lucian. Exactly the same thing. Just shut up and shoot. Und wir spielen das Ganze auf einer 2080 Super. Also auch mal ein bisschen zu zeigen, das Spiel sieht immer noch sehr schön aus. Oh ja. Also allein der Effekt mit der Hand ist schon echt cool. I need enough magic not to be considered lightless and they'll have a say in where they send me. A Magnus gets a say. Probably. No offense, but what we do is kind of like... Pew, pew, pew. A Magnus is like POW, BANG, BRRRRRAAAA. Also selbst die Unreal Engine 5 läuft sehr gut darauf. Vielleicht werde ich es auch nochmal aufnehmen auf einer 4090, wie das dann aussieht. Wir werden sehen. Aber heute mal extra absichtlich mal auf einem schwächeren Rechner. Oder auch mal extra absichtlich. Oder auch mal. Der Typ ... Aus tr acuerdo... Aus tr Da frage ich mich echt, wie Elder Scrolls 6 dann aussehen wird. Da ist es viel möglich und ich hoffe, dass Bethesda da mal ein bisschen was an der Engine schraubt. Nicht so wie in Starfield. Ich bin sicher, dass du das Draft verletzt kannst, wie ein normaler Mensch. Happy Birthday. Noen sagen mir nichts. Wie ist das? Wir sind die Schreie der Schreie der Schreie in Seren. Hopefully, Caleb wird uns verletzt. Ich habe das aus dem Backen von Troy's Place. Ich glaube, wir können wie es ein Kuchen. Oh, nein. Du hast nicht das... Schuhe. Wahrscheinlich ist es. Stu ist fast fertig, sowohl. Grabbe ich ein Tubers von Up Top Jack. Sure thing. Tubers? Ich weiß, wenn Caleb kommt hier. Ich habe etwas, was ich euch erzählen. Like that you're leaving us? Shut up, you. Was sind du in Stu, wenn es jemanden ist? Was? Birthday, Stu. Was geht in es? Ja, das ist ein anderes Ding, Vyfe. Willst du es versuchen? Ich weiß, dass ihr zwei nicht all den Tag gegessen habt. Es könnte ein bisschen kalt sein. Und? Es sind die Schnecken, die wirklich mit dem Problem haben. Die Schnecken machen den Unterschied. Na aber, hallo. Ich frage mich, wie ich meine Munition dann aufmunitionieren kann. Im Moment seht ihr in der Mitte diesen Halbkreis und dann Aden Quadrat. Da habe ich nur noch einen Schuss. Ist das warum sie's joining the Lights Army in the morning und leaving uns? Ja, Sir. Nein, Sir. No one escapes the draft, Babs. Plus, I really think, Luna believes it's the right thing to do. To the Army now. I was finding the Apple the right thing to do. Look, I never said it was. And you better not tell Luna, I said anything. She pretty much thinks I already have. Ja, also, Luna schieben wir ab zur Armee. Lichtlose in der Armee des Lichts. J. Schussfeld oder von Magni unleugbare taktische Brillanz hervorzutun, um so eine Führungsposition zu kommen. Die Lichtlosen, die es in den Offiziersrang schaffen, sind üblicherweise sehr vorsichtig, was das Verhängen von Disziplinarmaßnahmen gegen unterstellte Magni angeht. Schließlich ist ihnen klar, dass das nach ihrem Rückkehr ins Stivile Leben unfaire Konsequenzen für sie haben könnte, gegen sie da keine Handhabe hätten. Allein aus diesem Grund treten diese Lichtlosen fast nie von ihren Ämtern zurück. Ein Luftschiff, oder eher gesagt, eher waren die wie Oberleitungsbahnen. Das ist echt hübsch, schon bei der Lichterkette. Lunas Besitzurkunde. Die Sekunde bestätigt, Luna Unterbrücke Ende der Balustrade 7 Bezirk Unterbrücke Seren als eingetragene, uneingeschränkte Eigentümerin der oben aufgeführten Immobilie vorbehaltlich der Eintragung im Wohnungsregister und der Abschnitt 392 des Wohnungsraumgesetzes aufgeführten vorangegangen. Okay, für sie ist ein Grundbuch eingetragen. Ist die Hütte gehört wirklich ihr? Oh, warte, da ist noch was. Anwerbungsvertrag. Im Mitte Kirch, Luna Unterbrücke geboren in der Stadt Seren, meine freiwilligen Beiträge als Soldaten zur Armee des Lichts. Okay. Ja, okay. Ja, okay. Die Dialoge sind hier auch nicht von Shakespeare. Aber sie sind tausend immer besser als die in Scully Bones. Ich will nur nicht wissen, dass sie wissen. Nicht noch. Ich bin sicher, dass wir alle überrascht werden, wenn Sie uns endlich sagen. Und jetzt haben wir mal eine ohne zeitlichen Druck. Abs klingt ziemlich traurig. Ich führte Five wohl etwas im Schilde. Caleb sollte langsam zurück sein. Wie ist das Buch? Also? So was in that book of yours? Lights Army Regulation. Duh. Sure, but like, the worst one. You have to wear a surprising number of reflective belts. W-what? I mean it. Maintaining the grounds at the keep? Reflective belt. Directing constructs to clear the roads? Belt. 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 I didn't expect the Everwar to be so safety first. Or so polite. I'm going to have to learn like 20 different salutes depending on Magnus officer ranks and the color of magic they use. Unless it's a foreign dignitary, then it's a weird kind of ancient curtsy. You-you know it's just going to be trenches and spells smoke, right? Nightblades hacking away at everyone. Yeah, probably. Hmm. Sag denen bei der Armee des Lichts nicht, dass du aus Seren bist. You should keep quiet about being from Seren. What do you mean? The Lucians. They don't really like us. Only because we constantly say that Seren isn't really part of Lucian. But it's not. Seen a map lately? Maps don't count. Alright, they-they just do that so they can conscript us into the Lights Army. Just don't say anything, okay? Seren is home. It's a ramshackle wonder world built by the lost, the low, the lightless and the margins. Hanging above the wound with all the defiance her forebears passed on to their children. There's no finest city in Lucian than Seren, rickety and everything but faith. That's what I'm going to say and you can't stop me. Steht da etwas über die Magni drin? So, learn anything new about the Magni in your book? Just that Magni don't have to actually read it. What, like they have their own book? Wouldn't know. That's a different world from ours. The only time the regulations mention the Magni is when it's about how to do exactly what they say because they know best. Pshhh, you're probably smarter than half of them. Magic can't conjure wit. Bent Tilly used to say that. Before, you know, she mysteriously disappeared. Fife has a guilty look. Because he's eating us out of house and home. All those apples you nicked yesterday, gone. Those were supposed to last a week! They lasted an hour. Babs is going to miss you. It'll be good for her. She'll be in charge before you know it. Already acts like she is. She's a natural. Caleb's out late. I approved it. He's a good earner. Something's been really off with him lately. He's just impulsive. He'll grow up. You all will. Alright. See you at dinner. You bet. Okay. Wenn sie hier wohnt. Wo wohnt denn der Rest? Wenn sie hier wohnt. Wir haben ein Bett hier. Ein Bett hier. Ein Bett hier. Darf ich dann? Hm. Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Wir haben die Tür aufgemacht und können trotzdem den ganzen Weg wieder... das ist cool. Das ist cool. Das ist cool. Das ist cool. In Starfield wäre das wieder ein Ladescreen. Aber ich mag trotzdem mein Starfield. Hexicon Into Space. Starfield Gameplay. Oh wartet hier. Oh. Okay. Gar nicht gesehen die Treppe. Hexicon läuft blind. Warum? Das ist hübsch. Die Animation. Sieht echt hübsch aus. Gut optimiert. Irgendwann machen wir mal ein Hightech playthrough. Aber mal gucken wie das Spiel sich entwickelt. so gut. Das ist ein Angeheimnis, Luna. Ich habe es gebelabend heute. Er hat abgesehen. Other das. Dann was sich das. Was ist es? Was ist das so? Iran? Die Bakkakun. Nichts. Ja, das ist das Auswirly. Looks like snow. What's snyte? I don't know. Wintertime shit. They say it's in Calthus all the time. Looked pretty as all. Oh! Kalo! Well, yeah. I'm sorry. Move your hand. Let me see. Constable got a lucky shot. I'll be... Ah! Goddammit, Jack! It's not good. Did they follow you? You got yourself hurt over this thing? Careful, Caleb. Your guts are split. Why didn't you... I didn't want to ruin your birthday... at all. That's dumb. Jack, come on. We need medicine. I've got an idea. Explain on the way. You guys, watch him. Get the rags and the water, and don't let him sleep. You know how to do this. We'll be quick. So, what's the plan? I'm still making it up, but I'm pretty sure it's this way. You're making it up? It's gelling. Have faith. Caleb's gonna be alright. The question is, when the constables, the party, springen. If they followed him. A golden toy. Chiritsanwerbung. The noble man buying all the housing in the east nets and haro's edge. Das ist die Mark. Das ist... Das ist das... Das ist der... Das ist der... Was? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich habe eine bessere Idee. Ja. Das ist smart. Das ist ein guter Spiel. So langsam macht das ja Sinn mit der Karte. Du sagst etwas, was du nicht sagst. Es ist nur... Dieses Typ von Dinge kommt natürlich zu dir. Es ist so... Das ist das, was du nicht sagst. Wir sind nicht so, was unser Plan war, wenn wir rauskommen sind. Und jetzt, BAM! Hier ist wie wir rauskommen. Du wirst gut sein, wenn ich weg bin, Jack. Ich versuche. Ich versuche. Du bist die Lichter, die Soldaten. Sie sind die neue Brüder. Sie sind die Lichter. was wird das ausschlaggebende ereignis sein was unser leben auf dem kopf stellt geschenkt und unerwünscht okay brief aus leavenry Wann, der Brief? Oh, hey, check it out. Oh, tiny. Oh, shit. Du sagst nicht, er war ein Magnus. Wann, du kennst, wie ein SIGIL? Nein, du hast auch nicht. Details, einfach öffne es oder was auch immer. Schieße mit der passenden Magiefarbe auf. Distanzschlösser um Türen zu öffnen oder Schalter zu bestätigen. Schieße? Ach, ich bin so. Ist das deine Definition? Dass ich etwas bemerkt, oder? Oops. Was ist es? Was werden wir damit machen? Wiggeln Sie ihn, Caleb? Vielleicht. Was bedeutet, vielleicht? Uh-oh. Shit! Let's get out of here! Run! Come on! This way! That's the city along. Uh, just for us? Saren's being attacked. Eren. It... Is that...? It's Rishan! Sandrak's attacking the city. We have to get back to the others. Come on! We've gotta get home! Move it, Jack! Come on, come on! We've gotta get back! 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 There's a chance they're not dead. They know what to do in a raid. We made them practice. You did? I made jokes the whole time! Feel guilty later. Fuck! Are you alright? Right! Right behind you. Almost there! It's just up ahead! I... I... I don't know what to do. It's shock. Don't let it in. How are you already a soldier? I'm just acting like I figure they act. Jack! Luna! Come on! We can make it! Jack! Get down! Get down! You aren't done here, asshole! You aren't done here, asshole! What are you doing? Just run, Jack. It's okay. No! Don't! Luna... What's happening? How am I doing this? We're using all the Farbs. 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 Das ist schon fast... Fast schon zu viel. Also die Epilepsie-Warnung... Definitiv. Das ist ein Knilch. Das ist ein Knilch. Ah... Oh... Gott. Wie die wo die wo hier wo 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Join the fight. So, Jack... Are you going to? The power inside you. It comes from the ley lines. All magic in this world does. And those of us lucky enough to be able to catch that magic can make it do almost anything we want. Okay, back of this world? That's right. There's another under this one. The Shrouded Realm. That's where magic starts. Where the ley lines pour out from. Look at them, Jack. Try to see the web they make. Do I have to close my eyes or something? No. No, not at all. Just look at that ley line there. And then let yourself see through it. Whoa. They're everywhere. Yes. They cover Avium like a net, bathing it in magic. This is why we fight in the Everwar. Politics, land, ideologies, all of that is secondary to the control of magic. Who's we? The Magni orders. The armies those orders command. Now that the other kingdoms are either lost or scattered, only Lucien remains to resist the tyrant of Rishan. Sand Dragon. Sand Dragon. Sand Dragon. Sand Dragon. Sand Dragon. Sand Dragon. We're almost out of time, Jack. Sandrak attacks us from all sides and there is no place left to run. I know what you're about to say, but I'm not a soldier. I'll fix that. Transcribed by ESO, translated by — Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, dann was dann wieder? Hier ist der Kampf schon wieder völlig anders. Okay, mit R einfach nachladen, also wie eine Pistole, das ist cool. Ja, ich wusste wirklich, wie ein wunderschönes Gunk aus der Bühne von einer Bühne. Wir alle beginnen irgendwo. Jetzt müssen Sie lernen, wie Sie sich besser zu retten. Auf der Bühne. Gehen zu dem Spell Altar. Es wird Ihnen zeigen, wie Sie ein Schild verwendet werden. Wow! Wow! Ich fühle mich invincible! Oh, auf Tab. Okay, intuitiv. Also, wir feuern mit der linken Maustaste. Rechts haben wir noch nichts. Auf Steuerung können wir ausweichen. Auf Tab haben wir ein Schild, okay. 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 Wir können gleichzeitig schilden und feuern. Aha, ist er. Acceptable. Du bist ein Triarch, Jack. Du bist ein Triarch, Jack. Der Pentasad hat dich mit der Möglichkeit, zu manifesten alle drei Farben der Magie. Ein paar Magni nur wissen bestimmte Farben. Es gibt einen Vorteil. Du hast die Palette verwendet. Du hast die Palette verwendet, desto leichter es zu machen. Der Triarch verwendet diese Mastery für versatility. Das Altar zu antimmst. Das Altar innebieren die erste Schild und eine Schild zu gehören. Errbe sie beide. Okay. Geh ich das orange? Was? Was? Ohh. Okay. Ich habe das Schild an den Schild auf meine Seite. Da? Nein. physicians ... sollte es nur das Schild an das Schild, Jack. Okay. Engel ist Feuer. Hat was von Harry Potter. Hogwarts Legacy. Geht. Don't allow them to close in on you. If they do, switch to your red magic and blast them back. Know which of your colors is best in any given situation. Don't get overconfident. The Rosharnians will always have you outnumbered. Oh, auf E tun wir wechseln. Ja, okay. Krass, wie hoch die Peaks im Sound sind, wenn ich feure. Wenn ich mir das so im Audio-Interface angucke. Ich hoffe, das bläst euch nicht die Ohren weg. Okay. Ein Alk ist da? Warte, wo ist ein Alk? Ach da. Okay, das ist eine Magieart. Die grüne müssen wir noch laden. Ein Alk. Ein Alk. Ein Alk. In deinem Alk. Ein Alk. Ein Alk. Ein Alk. Ein Alk. Oh, es hat sich gelohnt, 1000 Gold. Es ist nur doof, dass man jedes Mal, wenn man die Kiste zerstört hat, da hinlaufen muss. Macht das Gameplay ein bisschen langsamer, aber in vielen anderen Spielen wäre das schon der Ladescreen. Also das sieht echt cool aus. Ein bisschen aus Alien Fireteam Elite. Good enough. Go to the next altar. Of all the colors, green magic, the most curious, it's the province of spirits, of death, life and transition. Yeah. Guessing this spell emphasizes the death part, there is a war to go. Oh, das, das, das erinnert mich an die Pulse Rifle aus Unreal Tournament. Erinnert sich jemand daran? Mit dem grünen Glibber? Das war was auf LAN-Partys. Oh, das war echt spaßig. I'm Unreal Tournament 2003. Hm. Wow, die pumpen echt alle Zauber gleichzeitig in mich rein. Animate allows you to manipulate some objects into different shapes. Some? How will I know which ones? They have been marked by another Magnus with a glyph. Look for it. Anima. Ah, mit W und S. Ich jetzt einfach rüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Doppel-Doppelsprung. Warten wir das mit dem Doppelsprung? Also grün finde ich immer noch... Grün finde ich spaßig. Aber blau gefällt mir irgendwie am besten. Keine Ahnung. Also irgendwann spielen wir das auf jeden Fall mal auf High-End durch. Also Respekt an den Entwickler. Max weiß alles, vielleicht Philippab ausziehen. Watch the archer. Asombe! Uchi der Doppel! Atalisa! 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 aus das geht dann mit dem flow das wird sich dann schon anpassen kristall voll hat wir können noch ja dann maximal drei kristalle unten links bitte das nutzen also wie nur drei reichen dabei haben und das ist also i can join the lights army you already did by accepting a sigil from their field marshal this is training you mean you you just give me one and boom boom sir and yes and tell me about the order of the immortal sir back in sarin you said you were their leader too that's uh are they a different thing the mortals are more than soldiers we're the champion protectors of lucien its masters of magic and order elite with the tip of the sphere how many mortals are there sir to fear ich finde sie immer cool dass sie immer uns begleitet wir sind in irgendeiner art bubble wieso das denn damit wir wahrscheinlich nicht einfach so runterfallen beobachter galerie schon echt cool aus remember to use more than one spell dein jungs zauber irgendwas ist hier gesperrt oder nächster nichts oh 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 Hm, interessant. Vielleicht wird sie uns was verraten. Gerade reich. Oh. Okay, das heißt wir haben unten wie so'n Ladefalken, wir können dreimal diesen Spaß benutzen. Okay, das macht jetzt Sinn. Use them to replenish your magic quickly and stay in the fight. Mana über X-Kristalle. Wo sehe ich denn wie viele X-Kristalle ich habe? Ich hab C, drei Stück, aber X wahrscheinlich unten rechts, wo die Null ist. Hier. Hier. Ein Magnus von der Leitze mit dem richtigen Training, könnte hier verabschieden werden. Schrauben die Leben von denen, die sie nach Hause haben. Ja? Und warum haben sie nicht? Wir können nicht überall sein. Also, so wie Saren, dann. Schrauben die Angst für deine letzte Herausforderung. Was bist du denn für ein hässlicher Samurai-Verschnitt? Also Rot ist echt wie ne Shotgun. Ah, mein Schild, mein Schild, mein schöner Schild. Jetzt haben wir X. Nein, Frächer. Das war schon cool. Soldatenentwicklung, gewöhnliche Armschienen. Okay. Ausrüstung. Buch, Ausrüstung, Karte. Also Ausrüstung, wir haben die unterschiedlichen Werte. Unser Goldvorrat, blaue Essenz, rote Essenz. Ja, das passt schon. Es gibt auch noch die gelbe, legendäre Essenz. Na, das wird ja lustig. Und zurück. 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 Sur entity. Thärling. Zurück. Diee sinds, das- Ich bin so... wie soll ich das sagen? Ich habe es nicht gekauft. Du trainierst mich persönlich. Du schlägst die gesamte Armee Lusium und es ist einfach... Es ist, oh hey, wie soll ich hier ein paar Phantoms für diesen Kind haben, ich habe gerade mitgebracht, weil ich glaube, ich habe Zeit zu sparen? Es funktioniert absolut so. Weil dann das macht dich speziell. Das ist wo das geht? Ich weiß nicht, wie viele Soldaten Sie denken Lusium hat sich für die Train? Jeder, der kann zu kämpfen, ist es. Und wir sind noch nicht verletzt. Sandrax hat uns literally auf den Boden gebeten. Oh, ich... Ich mag deine Geist, Jack. Ich mag dich. Ich mag dich. Ich habe eine Kindheit so verletzt und so angeneh, die neue Macht können sie leicht machen, um die König zu retten. Die Wahl war zu töten, oder zu machen dich in eine Weapon gegen Rasharn. Denn wir brauchen alle, die wir können. Backup. Option A war, um mich zu töten? Keine Ahnung, hier. Keine Ahnung, hier. Du hast Zeit in die Zeit, auf die Frontlines, wie alle anderen. Wie viel Zeit reden wir? Ja, das war dann Immortals of Avenue, die Demo Part 1. Und wir sehen uns dann zu Part 2, weil es dauert noch ein paar Minuten. Wir lernen noch die Talente kennen, wir haben noch ein bisschen mehr Fight und so weiter und so fort. Also, wir haben sozusagen mehr den langweiligeren Teil hinter uns und jetzt beginnt auch noch der spannende Teil. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wie gesagt, probiert jeder gerne selbst mal aus. Aber es kommt auf jeden Fall auch noch hier der zweite Teil von Immortals of Avenue. Und es ist ein sehr interessantes Game mit einem interessanten Gameplay. Auch das Waffenhandling ist wirklich mit dem Handschuh, mit dem Gauntlet. Das hat schon was. Das ist echt schon was interessantes. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne Daumen da lassen oder Kommentar. Und ansonsten kann ich nur noch die anderen drei Kanäle empfehlen. Exocon RAW für das Uncut-Format. Aber der zweite Teil von der Demo wird auf jeden Fall hier kommen, weil es schon was cooles ist, es ja zusammenhängt. Auf jeden Fall. Exocon Into Space, wo wir die ganzen Space-Spiele spielen, wie The Expanse oder Starfield. Oder Exocon Games, der englischsprachige Kanal mit den englischsprachigen Spielen. Vielen Dank fürs Zuschauen wie immer. Und bis zum nächsten Mal. Euer Exocon. isturo, Vielen Dank.